Super Shots! Ja, wunderschön so ne Folge zu beginnen. Einfach Super Shots, Murphan! Und alles wird gut. Ob auf dem Meer irgendwas noch ist? Ich hab keine Ahnung. Obwohl das ist eher so ein Teichgewölbe. Nee! Gäsefritten. Oh, ich mach so eigenartige Sachen. Checken, hast du Hunger oder was ist los? Wieso denkst du an Gäsefritten? Ich hab nicht mal noch nie Gäsefritten gegessen. Gibt es solche Dinge überhaupt? Gäsefritten. Bin grad selber verwirrt. Aber ja, es könnte an dem Hunger liegen. Egal. Hunger ist unwichtig. Ich suche nach irgendwelchen Sachen. Ah, die Ninjas. Männern schwarz. Meine Seele. Verlorene Höhlen. Ach, deswegen sind sie auch nicht auf der Karte zu finden. Sie sind verloren. Was machst du hier eigentlich nochmal? Ah. Geister-Pokémon. Ich hab ja jetzt ein Geister-Pokémon, das ich im Team haben will. Geister-Pokémon. Geister-Pokémon. Ja. Binion. Ja, Binion. Sehr süß. Sehr süß, Binion. Und wieder in die Wüste! Nicht den Weg so laufen! Hm, ein wildes Pokémon! Ja! Ich habe ein Schweine-Pokémon! Ich habe ein Schweine-Pokémon! Äh... Sieht auch so, als wäre es hier irgendwann legendäres Pokémon. Und wer sollte diese Höhle sonst existieren? Wie heißt es eigentlich? Die Fahrhöhle, ja. Die Namen sind eh nur Schall und Rauch. Von daher... ... 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